Du hast doch immer irgendwas auszusetzen, du Meckeraffe. Du hast doch eine große Besorgnis. Ich habe wirklich eine große Besorgnis, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Bitte? Die Wahrheit hinter dem Fall. Halt, Stopp. Sie wurde während der Kontrolle verwendet. Merkmale der Geisterform. Es gibt mehrere Einschränkungen. Amapel ist robust, hat viele Funktionen. Sicherheitsgänge mit der Maus hineinfallen. Werden wir das machen? Aha. Also für die... Was? Nein. Ja. Das ist das, was ich jetzt nicht so mache. Das ist das, was ich jetzt nicht so mache. Du bist ein Idiot. Stunig. Du wirst das nicht wissen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ja, das wussten wir aber eh schon. Ja, ich weiß! Oh nein! Oh nein, nein, nein. Aber, ähm, 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 ich weiß nicht, ich hab kein Aber. Ach, ich hab nicht recht. Ich hab doch schon so oft falsch gelegen. Es ist halt alles in Ordnung. Es wird schon alles gut gehen. Haha. Es ist schon alles gut. Alles gut. Hey, Yuma-kun. Ja. 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 Naja, er wird schwer nett drin gewesen sein. Der Typ war doch taub, oder? Ja. Ja. Der Mann war übelst schwerhörig. Okay, teile sie mit uns. Das sind aber keine Worte der Weisheit. Das sind nur Beleidigungen. Nein. Oh je. Okay. Okay, die kann ich nicht zurückweisen. Aha. Das war es nicht. Ich glaube, es sind irgendwelche Aussagen, die dich gestört haben. Denk gut nach. Ich hab noch nicht alles gelesen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wenn der Doktor erstochen wurde, wäre es nicht von hinten passiert. Das ist nicht möglich. Was ist er über das? Okay. Zweiter. Irgendwo muss er einen Widerspruch geben. Du musst ihn finden und zurückweisen. Alles klar. Ha. Boink. Oh ja. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist doch nicht so. Ich weiß nicht. Inkontinent? Was heißt das denn? Ich weiß nicht, dass wir mit dem Rettung schlafen können. Ich weiß nicht. Ja. Oh ja. Okay. Information, er war schwerhörig. Ei, ich bin runtergegangen. Rennen macht Lärm. So, dann ist es, dass ich die Schraube schrauben, weil es nicht so gut ist. Ich habe mich nicht so gut gebrochen, aber ich habe mich nicht so gut gebrochen. Oh! Nein, nicht Drogen! Nein, ich wollte nicht! Ah, ich habe mich verklickt. Scheiße! Das wollte ich nicht. Ah! Natürlich keine Drogen. Wo kommt denn der jetzt jetzt auf einmal her? Das war eine Scheiß-Laberst du denn, Mann? Nein, nicht! Alter, jetzt kommen wir mal durcheinander. Drogen. Ah, ist hier unten. Ah! Jetzt aber. Warte, der Doktor hörte ja schlecht. Moment mal. Wieso Unsinn? Das Ding ist halt, ich fülle diese Lücken ja nicht mit irgendwelchen Geschichten, die ich mir ausdenke, sondern mit Beweisen. Ich fürchte, ich weiß, wovon er redet. Aber nein, das kann nicht sein. Nein, 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 nein. 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 Komm, nein, komm schon, Mann. Ich bin kein, ich schaue, wie viele Fehler ich gemacht habe. Ich habe mich sogar jetzt verklickt, also. Ich habe mich verklickt. Ich bin kein guter Detektiv. Ich liege nicht richtig mit meiner Idee. Oder? We, we, komm schon. Das kannst du mir nicht antun, Mann. Oh mein Gott, nein. Ich weiß es doch schon. Ich weiß es doch schon. Fifi. Fifi. Aber... Nein. Nein, ich höre dir nicht zu. Ich höre dir nicht zu. Ich kann dich nicht hören. Nein. Nein. Da gibt es keine Lücke. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ja, nein. Ja, nein. Ich renne vor dir davon. Ich renne vor meiner Verantwortung davon. Ja, Mann. Wo ist sie? Ja, Mann. Wo ist sie? Ich fange immer mit dem Giftgas an. Ich weiß, aber das irritiert mich halt. Was ist das? Ja, ich weiß, dass die Batterieleistung nachlässt. Ich gehe doch nicht gleich so hoch. Kann mein Controller gleichzeitig laden, wenn ich ihn hier anstecke? Und spiele? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das nie vorher gemacht. Ist er überhaupt an? Er müsste angesteckt sein, oder? Ja, der ist da an der Switch dran. Okay. Also das Kabel ist dran. So, Entschuldigung. Bin schon wieder da. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich verschließe niemals die Augen von der Wahrheit. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht in der Wahrheit verletzen kann. Yuma, du hast doch keine Ahnung. Nicht deine Verschillie. Ah! Yuma, du hast keine Ahnung, was kommt. Seitdem bin ich so, die Hochspannung ist das geringste meiner Sorgen, weil ich bin so, wir haben ja die Zeit immer zurückgedreht. Von daher. Das wird hier ein sehr unglückliches Ende nehmen. Halt, Stopp! Sicherheitsprotokoll, Fubukis Pforte. Neh mal das da. Das größte Geheimnis fehlt noch. Wie kam der Täter vorbei? Woii. Hätten die Täter verkohlen? Ja, das Sicherheitssystem. Oh! Kann es überwinden? Ja, das haben wir doch schon festgestellt. Täter ist ein Roboter? Nein, das ist nichts. Ha? Wie konnte der Täter durch den Plattenraum gelangen? Wir hatten wenigstens Armour-Perl bei uns, um das Sicherheitssystem zu deaktivieren. Hast du... Oh ja, alles klar. Soweit es den Plattenraum betrifft... Was? Neun Platten, einem 3x3 Schema. Mensch, muss es bestimmt noch zitieren, um weitergehen zu können. Soll ich das etwa nehmen? Hä? Hä? Fubukis Forte kann die Segura während der Kontrolle verwendet. Ne, das ist nicht... Okay. Bringt nichts, diese Aussage. Es ist nicht unmöglich. Es ist unmöglich, dass er... Fähigkeit... Ja, das... Aber wo soll ich die einsetzen? Ich habe Fubukis Forte ausgewählt, aber ich weiß nicht, wo ich es einsetzen soll. Okay, hier. Ich muss auf die Knie... Moment. Oh. Das Ding ist ja... Ich hätte nicht gedacht, dass wir das beantworten müssen, weil es ist so... Adoi. Natürlich. Hä? Immer wieder ist es übertrieben. Ich bin zweimal gestorben. Weil das eine Mal war okay, das andere Mal war ich zu dumm, einfach nach vorne zu fahren, weil ich war so noch nach links und direkt vor die Tür, was so unnötig war. Ja, der Täter ist gestorben. Zweimal. Haha. Hahaha. Das ist merkwürdig. Jemand, der... Der wusste ja... Der Täter... Wusste... Dass wir diese Fähigkeit haben. Und er wusste, dass es ein Trial and Error ist. Er hat sich also... Er hat sich also bewusst entschieden, auf diesem Ding zu bleiben und zu fahren. Auf dem... Und zu sterben. Der Mensch hat seine Rache richtig hart gewollt. Versteht ihr? Das ist jemand... Jemand... Der... Dem ist egal, ob er stirbt oder nicht. Weil auch das Giftgas ist so... Es gab keine Möglichkeit, das zu ver... An die Welt, an die ich glaube, in der alle meine Freunde unschuldig sind. Wo wir lachend durch die Kornfelder laufen. Und dass er uns schuldig macht. Weißt du aber, warum er... ... uns aufhalten möchte. Er... Ist es aus... Ist es... Nicht Schutz. Äh... Ist es aus Angst. Oh Mann. Ist es, weil er uns beschützen möchte, weil... ... wir ein guter Freund für ihn sind und er weiß halt die Wahrheit schon? ist es weil er selber nicht will dass wir es rausfinden weil ich gehabt er das gefühl dass es um uns geht als um ihn ich glaube erst so ich möchte dass du nicht weiß wer das wirklich passiert ist weil es dich zerstören würde da sind noch mal es dauert ungefähr 30 minuten ein dunkler geschalt sich bewegte hier merkmale keine ahnung über das da es ist unmöglich dem gas zu entkommen der täter würde ganz sicher sterben ich weiß das solltest du bereits wissen das giftgas ist besonders das hier ist das giftgas kommt sogar durch eine maske durch meine friedlichkeit könnte es aufhalten ich würde vor ruesca sterben nein niemand kann an der gaskammer vorbei nein du würdest erst nach 30 minuten sterben wir müssen also dort ja deswegen der täter dem war es egal er war bereit zu sterben deswegen ist er auch auf dem roboter geblieben über die spannung der hat gewusst er kann sterben das wird wehtun aber es war ihm egal erst nach 30 minuten in der zeit hat er die zeit hatte er noch die 30 minuten hat er noch genutzt die wahrheit hinter diesem fall die wahrheit hinter diesem fall ja 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 Alter. Yes. Ja. Er war bereit zu sterben. Es ist furchtbar. Es ist... Nein! 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 Es fühlt sich nicht sehr gut an, okay? Nein! Nein, das wollte ich nicht! Nein! Nein. Nein, es ist nicht. Es muss auch jemand gewesen sein, der von Fubukis Pforte wusste und gewusst hat, dass selbst wenn er abgefriert wird, dass er wieder zurückkommt. Wie heißt das, wenn ich in diesem Moment verletzeuge wenn ich ihn lage werde, dann wäre es echte. Dann wäre ich das wieder aufpassen! Nein, ich habe keine Probleme. Was ich, der Fisch, der Fall, ist das also in der Fall! Ohnein! Bibi, was machst du denn dahinten? Ei. Niemand. Ey, ich bin nach drüben gegangen. Alter. Hast! Ich bin nach diesem Forschung, nur ein Armechsenz von der Schwiebeln. Aber ich dachte, das ist wie bei dem Erfagen. Im Erfagen habe ich auch in einer Zeitung richtige suggestiert. Yuma... Ich bin noch richtig auf dem Eingang. Ich sagte, dass die Welt zerbrochen. Ich glaube, es war der Welt. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber... Ich sterbe. Der Täter hat seinen Tod falsch dargestellt, indem er... Der Killer... Ach so. Er hat den Killer benutzt. Als... Falsche Spur. Deswegen, wenn man in der Spur, der die Angst als einen Verweck hat, dass der grupo der Botan uns geschaut, dass der Killer... von der Serenlose gegen meinen Tod. Er hat ihn versucht, um Verweckern zu retten. Um Verweckern zu retten? Also muss er das Verweckern zu retten sein. Wie ist er? Das Verweckern hat sich nicht dafür, dass der Killer. Come on, man! Hat er... Er hat eiskalt den Killer auf sich selbst angesetzt? Oder wie? Ich glaube, das ist alles nichts. Ich glaube, das ist alles nichts. Ich glaube, das ist alles nichts. Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will nichts, dass das ausgesprochen wird. Ich wünschte... Ich wünschte wirklich, dass es der Killer wäre. Ich glaube, mir niemand wünscht sich das so sehr wie ich. Aber... Leider... Es ist... Es ist irgendwie schräg, dass ein Typ, der nicht mal ein richtiges Hemd anhat, mir sowas sagt. Wenn ich mich nicht mehr so überlesen, dann kann ich mir das Reise haben. Ich will mir das Reise haben. Ich weiß, wie die Korsche die Säge haben. Ich weiß, wie die Korsche die Beste der Korsche. Ich weiß, wie die Korsche. Ihr werdet ja niederbrennt, sag nicht immer so dramatische Dinge. Ich bin auch ein bisschen am Ende hier, okay? Es ist ja nicht so, als ob ich sowas gerne mache. Besiege Yomi mit Lösungsschlüssel. Welcher Hinweis wird dem wahren Täter? Das war's. Und ich habe so von Anfang an gesagt, wo, das sind die Spitzen von seinen Haaren, das könnte der sein. Oh, wie recht ich doch hatte. Oh, wie recht ich doch hatte. Ich will sie nicht hören. Aber ich will sie nicht hören, aber wir haben hier keine Wahl. Ha, das ist ein geiles Foto. Assassin's Creed, Etzi Auditore da Firenze, wie er hasst. Ist der Täter. Das ist ein geiles Foto. Das ist ein geiles Foto. Vielen Dank.